Kann ich einen Autokaufvertrag widerrufen? Eine immer wieder gestellte Frage an uns. Wir beleuchten heute die Rechtslage und am Ende gebe ich konkrete Tipps für Käufer und Verkäufer. Viele Autokäufer gehen davon aus, dass ein Autokaufvertrag innerhalb von 14 Tagen widerrufen werden kann, also ein 14-tägiges Widerrufsrecht besteht. Aber ist das wirklich so? Kann jeder Autokaufvertrag widerrufen werden? Hier die Fakten. Mein Name ist Preuß, Matthias Preuß. Ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Verkehrsrecht und Partner der ausschließlich im verkehrsrecht tätigen Kanzlei PS Rechtsanwälte. Grundsätzlich gilt, Verträge sind einzuhalten. Wenn ein Widerrufsrecht nicht vertraglich vereinbart wird, was in der Praxis praktisch nicht vorkommt, besteht ein Widerrufsrecht nur dann, wenn der Gesetzgeber ein solches vorgesehen hat. So gibt es zum Beispiel ein Widerrufsrecht bei einem Verbraucherkredit, wenn der Kredit über den Autohändler abgeschlossen wurde, oder bei einem Autokauf im Rahmen eines fairen Absatzgeschäftes. Beim Autokauf sind beide praktisch relevant. In diesem Video beschäftigen wir uns mit den Möglichkeiten des Widerrufs eines Autokaufvertrages im Rahmen eines sogenannten fairen Absatzgeschäftes. Für einen solchen Widerruf müssen folgende Voraussetzungen vorliegen. Es muss sich um ein fairen Absatzgeschäft handeln. Fairen Absatzverträge sind Verträge, bei denen für die Vertragsverhandlungen und den Vertragsabschluss ausschließlich fairen Kommunikationsmittel verwendet werden. Das sind Briefe, Kataloge, Telefonanrufe, Fax, E-Mails, SMS. Zweitens, der Verkäufer muss ein Unternehmer sein, also ein gewerblicher Autoverkäufer, der Käufer ein Verbraucher, also eine Privatperson. Des Weiteren muss ein organisiertes Vertriebs- oder Dienstleistungssystem beim Verkäufer vorliegen. Das ist häufig in derartigen Fällen der Streitpunkt zwischen dem Käufer und dem Verkäufer. Die Verkäufer wenden fast immer ein, dass ein Widerrufsrecht nicht besteht, da dieses nicht über ein für den Fernabsatz organisiertes Vertriebssystem verfügen. Eine Entscheidung des BGH oder EuGH für einen Autokauf liegt noch nicht vor. Generell kann man aber sagen, dass an ein solches Vertriebs- oder Dienstleistungssystem keine hohen Anforderungen zu stellen sind. Es gibt eine Entscheidung des BGH zu einem Maklervertrag, der unter anderem über die Internetplattform Immobilienscout24 zustande gekommen ist. Und in dieser Entscheidung bejaht der BGH das Merkmal organisiertes Vertriebs-Dienstleistungssystem. Der BGH führt aus, dass bei der Nutzung einer Plattform bzw. eines Online-Marktplatzes zur Gewinnung von Kaufinteressenten regelmäßig davon auszugehen ist, dass ein Fernabsatz-Betriebssystem vorliegt. Für den Autokauf würde das bedeuten, dass bei Fahrzeugen, die über einen Online-Marktplatz, z.B. mobile.de, autoscout.de oder andere angeboten werden, ein Fernabsatz-Betriebssystem vorliegt. Sowohl das Oberlandesgericht Celle als auch das Landgericht Dortmund haben in zwei ganz aktuellen Entscheidungen genau so entschieden. Die Autohändler mussten die Fahrzeuge zurücknehmen, nachdem die Kaufverträge widerrufen wurden. Als jetzigen Stand der Rechtsprechung, und ich gehe davon aus, dass dies auch der BGH so entscheiden wird, kann man davon ausgehen, dass bei Fahrzeugen, die über eine Internetplattform angeboten werden, ein Fernabsatz-Betriebssystem vorliegt. Die Folge daraus? Sollten die oben drei genannten Voraussetzungen gegeben sein, besteht ein 14-tägiges Widerrufsrecht. Wann beginnt diese Frist zu laufen? Hier sind zwei unterschiedliche Fälle zu unterscheiden. Ist der Käufer ordnungsgemäß über sein Widerrufsrecht informiert worden, hat er 14 Tage Zeit, den Vertrag zu widerrufen. Die Frist beginnt mit der Übergabe des Fahrzeuges. Hat der gewerbliche Verkäufer den Käufer, das muss ein Verbraucher sein, nicht über das Widerrufsrecht belehrt oder fehlerhaft belehrt, besteht zwar kein unendliches Widerrufsrecht, dieses erlischt aber erst 12 Monate und 14 Tage nach Übergabe des Fahrzeuges. So lange hat der Käufer in einem solchen Fall noch die Möglichkeit, den Kaufvertrag zu widerrufen. Was passiert bei einem wirksamen Widerruf? Hier müssen wir wieder zwei Fälle unterscheiden. Erfolgt eine ordnungsgemäße Widerrufsbelehrung, muss der Käufer den Wertverlust des Fahrzeuges tragen. Als Beispiel, der Käufer nimmt das Fahrzeug mit nach Hause, lässt es zu, fährt dementsprechend 14 Tage und nach 14 Tagen erklärt er den Widerruf. Durch die Zulassung und die gefahrenen Kilometer hat das Fahrzeug natürlich an Wert verloren. Diesen Wertverlust hat der Käufer zu tragen. Als Käufer überlegt man es sich insofern zweimal, einen Autokaufvertrag bei ordnungsgemäßer Widerrufsbelehrung zu widerrufen. Denn das kann teuer werden. Erfolgt keine oder eine unwirksame Widerrufsbelehrung, hat der Käufer keinen Wertersatz zu zahlen. Das heißt, ein Käufer könnte 12 Monate und 14 Tage das Fahrzeug nutzen und müsste keinerlei Zahlungen an den Verkäufer leisten. Tipp für den Käufer. Sollten Sie ein Fahrzeug über eine Internetfahrzeugbörse gefunden und den Kaufvertrag geschlossen haben, ohne persönlich bei dem Käufer gewesen zu sein, prüfen Sie, ob eine ordnungsgemäße Belehrung über Ihr Widerrufsrecht auf Basis eines Fernabsatzgeschäftes erfolgt ist. Sie könnten eventuell noch 12 Monate und 14 Tage nach Übergabe des Fahrzeuges den Kaufvertrag widerrufen. Tipp für Verkäufer. Zum einen sollte sich jeder gewerbliche Verkäufer überlegen, wann der Kaufvertrag über ein Fahrzeug geschlossen werden soll. Sollte ein Fahrzeug über eine Internetplattform angeboten und der Kaufvertrag ohne persönlichen Kontakt geschlossen worden sein, besteht eventuell ein Widerrufsrecht. Auf dieses Widerrufsrecht bei Fernabsatzgeschäften sollte regelmäßig ordnungsgemäß hingewiesen werden. Wenn eine Belehrung erfolgte, wird sich jeder Käufer, jedenfalls nach Übergabe des Fahrzeuges, dreimal überlegen, ob es sinnvoll ist, den Vertrag zu widerrufen. Erfolgt keine Belehrung, besteht die Gefahr, dass der Käufer noch Monate nach Übergabe des Fahrzeuges den Vertrag widerruft und kostenlos ein Fahrzeug gefahren ist. Wir werden jetzt auch noch ein paar Übergabe des Fahrzeuges jetzt. Wir werden jetzt wieder in den nächsten Ruf-Ruf-Ruf-Ruf-Ruf-Ruf-Ruf-Ruf-Ruf-Ruf-Ruf-Ruf-Ruf-Ruf-Ruf-Ruf-Ruf-Ruf-Ruf-Ruf-Ruf-Ruf-Ruf.